ja moin moin meine lieben freunde und herzlich willkommen zum ersten let's play pure farming 2018 in dem sinne konsolen version playstation 4 und ich habe jetzt ein ganz neues spiel gestartet und für mich so ein bisschen wie so ein urlauber hallo ich bin der tourist patrick hier ich soll mal hier ein bisschen was arbeiten ja wir finden uns im missionsmodus also in dem modus wo ihr den bauernhof eures verstorbenen großvaters übernimmt und der hat leider einen haufen an schulden da gelassen so wird zumindest in der beschreibung beschrieben und wir sollen das ganze jetzt übernehmen und jetzt hier los starten so wir sind direkt mal drin willkommen auf dem bauernhof so erstmal e mails lesen okay wir haben eine e mail erhalten bankkredit 275.000 euro krass 275.000 euro schulden ja 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 aber das können wir hin leute da bin ich mir ziemlich sicher so wir gehen erstmal raus okay das heißt ich denke mal jetzt hier aber wir haben schon 50 xp bekommen okay wir können erfahrungspunkte sammeln okay so jetzt gehe ich davon aus dass sie jetzt erst mal kurz hier alles zeigen die nacht kann momentan nicht übersprungen werden warte bis 17 ok also hier vorne ist so eine kleine uhr abgebildet da könnte die nacht überspringen ab 17 uhr also spult dann bis zum nächsten morgen nach vorne das finde ich schon mal sehr sehr cool okay geil wir können die nacht überspringen sehr cool guck mal dass dieser typische anfang was mit dem denn los die steht aber nicht so gut da wie hat da hat der bau justus wieder falsch abgestellt finde das kartoffellager ja ich soll das kartoffellager finden gefunden finde das kartoffellager ja cool das ist unser silo das können wir auch aufwerten alter schwede 25.000 euro auch hier die tore die gehen von ganz alleine auf leute da müsst ihr kein knöpfchen für drücken so wo muss ich denn jetzt hin moment guck mal kurz ich soll das kartoffellager finden das müsste eigentlich streckt hier um die ecke sein ich habe schon wieder e mails bekommen große karte ja ach so das sind so jetzt die ganzen beschreibungen betreibungen ja so key da ist es moment 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 da markierung so ich habe gerade die markierung gesucht okay wir müssen da hinten also hin auf johnny lauf ich finde irgendwie cool hier mit diesen mit diesem kleinen chinesen ich nenne jetzt mal den chinesenhut das haben ja meistens so die reisbauer deswegen weil man ja hier auch reis anbauen kann gehe ich davon aus deswegen ist es auch verfügbar ich hoffe ich gehe jetzt richtig das hier ist auf jeden fall das kartoffellager auch cool das erinnert auch an den ls hier an den ls 15 leute könnt ihr euch daran erinnern sehr cool das erinnert auch an den ls 15 ich sehe gerade das tatsächlich ein gründer fall also da hinten okay wir beginnen wir mit den grundlagen kartoffellager habe ich jetzt soll ich wieder zu scheune gehen okay gehen wir ganz schön zu scheune aber das hat gerade an den ls 15 und waren die westpott schilds erinnert leute dieses kartoffellager gab es da nämlich auch mit förderbändern fand ich richtig cool immer gut wir können mal wieder rüber gut 50 xp steige in den traktor ein okay ab in den zettor ja So ich hätte gegen die innen ansicht Moment wie ging das noch mal das vergaß Schon wieder überfragt hier Ich krieg's gerade nicht hin oder kann man vielleicht gerade nicht innen an sich Achso ich soll schon wieder aussteigen Achso okay das sind jetzt die grundlagen wo was ist okay da hinten ist kartoffellager hier ist die werkstatt achso Okay, ich soll wahrscheinlich mit dem traktor in die werkstatt fahren ja Patrick fährst du mal mit dem traktor in die werkstatt hinein Da stand dann nicht Doch muss repariert werden also wir müssen auch reparieren Wodran erkenne ich das denn und da muss ich mal ganz kurz gucken Das können vielleicht das aus Okay, das ist gut zu wissen, dass man auch eventuell reparieren muss Hier zum computer Ach du es ist ja cool gemacht Fahrzeug Diagnose ach stimmt im menü wird das ja auch angezeigt status 60 prozent motor zu 80 prozent beschädigt antriebssystem Dräder sind abgenutzt die feder ist durchgehängt heckheber auch Da haben wir schon ein paar stunden Dankeschön repariert steig in den mähtreschein okay Da kann ich rein theoretisch auch über das menü gehen das gibt es ja auch die möglichkeit aber ich laufe jetzt mal ist ja nicht so weit Ein sehr schöner mähtrescher muss ich sagen als beginn sehr cool Was haben wir denn da wie genau heißt der ein Komselmash palässe auch guck mal auch da das ausbefrohr wie sich da die klappe bewegt sehr cool gemacht Bring in den pflückgarten okay mache ich Ach guck mal wird sogar angezeigt wie man genau fahren muss um die rand zu bringen Begib dich zum rand des feldes wo muss ich hin Ich suche mal ein bisschen raus Mal ein bisschen sehen so Sehen wir auch ein bisschen mehr So ich sehe gerade Mal hier so ein bisschen leiser machen So jetzt ist besser denke ich Okay Bring in die Ernte ein okay mache ich Ach cool Ach das ist auch cool man kann man kann das selber bedienen wo es halt hin soll Okay okay das habe ich soweit verstanden das ist für das rohr und das ist für das schneitwerk Okay hier heißt es der pflücker Einschalten Was heißt jetzt arbeiten Ah okay dann geht er in die Arbeit Ah okay Arbeiten heißt er macht dann an Und dann muss ich den eigentlich nur noch absetzen und gas geben Boah der geht ja richtig ab hier Elf Sachen Cool Strohablage gibt es auch was ruhig denn hier hat überhaupt rein Wo wird das denn angezeigt Okay unten rechts wird nur das Gewicht angezeigt Wie viel es jetzt aber genau ist Sieht man nicht Aber dennoch schön gemacht muss ich auf jeden Fall mal sagen Gibt es hier eigentlich auch die Fruchtzerstörung Das müsste ich hier eigentlich gleich mal bei einer Bahn ausprobieren Was ich auch sehr cool finde ist Hier wird sogar angezeigt wie viel man hier noch drauf hat Verbleibende Kulturen 93% Haben wir jetzt auf diesem Feld noch Wir haben schon eine halbe Tonne drin Sehr cool Ach da Weizen Da steht sogar Weizen Okay ich hole gerade den Weizen rein So jetzt will ich einfach ganz kurz gucken Ob es hier auch Fruchtzerstörung quasi gibt Haben sie es gemacht Ne das ist nicht Okay ihr könnt also durchs Feld durchfahren Meine lieben Freunde Ohne dass hier was passiert Vielleicht kommt das ja noch als Addon oder so Dass sie da vielleicht noch was reinbauen Wäre auf jeden Fall recht spannend Und wirklich cool muss ich sagen Ich finde es cool dass sie Die fahren eigentlich relativ schnell Jetzt so elf Sachen Das sieht irgendwie doch sehr schnell aus Und die Animation auch sehr schön gemacht Also man sieht auf jeden Fall dass da was passiert In dem ganzen Gerät Und dann heißt es hier wieder anhalten Anheben Drehen Und auch so ein kleines Feld ist sie eigentlich relativ schnell eingeholt Es ist halt der Hof eures Großvaters Den ihr jetzt hier bewirtschaften müsst Weil er leider verstorben ist Und keinen Nachfolger gefunden hat Leider hat er einen Haufen Schulden hinterlassen Wie viel waren es? 275.000 meine ich waren es Das ist schon ein guter Haufen Schulden Aber ich bin mir sicher Gemeinsam kriegen wir den weg Warum denn auch nicht? Es sind nun mal nur Schulden in Anführungszeichen Da ist noch keiner von gestorben Zumindest bei mir noch nicht Was können wir noch? Achso zur Anzahl können wir soweit sagen Oben links seht ihr zum Beispiel ganz links ist das Wetter Momentan Sonnenschein Ich glaube es gibt auch Regen und so Das kommt alles Dann habt ihr danach Tag 1 Also das bezieht sich jetzt nicht auf Real Life mäßig Hier wir haben den 14.03.2018 heute Nein Da in dem Spiel ist es jetzt Tag 1 Ihr habt die Uhr Steht jetzt auf 12.20 Uhr Ist auf Stufe 1 Ihr könnt das bis auf Stufe 5 herhoch drehen Dann geht es schneller Stufe 1 ist allerdings nicht Echtzeit wie ihr seht Sondern es läuft quasi so in 1, 2, 3 3 Sekunden Takt ist es Das habt ihr da Darunter habt ihr dann eure Missionen Die ihr jetzt hier bei der Karriere Ich nenne es jetzt die Karriere machen müsst Habt ihr die Und Upsala Ich muss auch absetzen Da war ich wohl schon zu schnell unterwegs Jetzt gehen wir mal kurz in die Innenansicht Ich finde die Innenansicht auf jeden Fall sehr schön gemacht Man hat sogar das Tablet hier immer bei sich Das Tablet ist aber in dem Sinne nur ein Ein Bild Aber das ist das Tablet was ihr auch in der Wirklichkeit habt Also Jetzt hier Das ist genau das gleiche Finde ich sehr cool gemacht Und ansonsten auch Die Spiegel sind leider nicht animiert Also ich kann jetzt hier nicht mit den Spiegeln fahren Um rückwärts zu fahren Die sind leider nicht animiert Wie ihr seht ihr habt da quasi Nur graues Bild drin Na das seht ihr jetzt da rechts am besten Das ist leider nur ein graues Bild Was sich so je nachdem wo ich hinlenke Guckt ein bisschen bewegt Mehr passiert da aber leider nicht Somit ist eine Möglichkeit mit Spiegeln zu fahren Nicht gegeben So ich bin voll Moment dann hole ich denen gerade mal was vor So Schau mal das Rohr raus Denn jetzt kann ich Über mein Menü Moment Nee Moment Ich konnte doch auch Hm Okay ich finde es gerade nicht raus Eigentlich konnte ich doch über das Menü Direkt in die Traktoren rein Nee Ich finde aber gerade nicht Nee Ich finde gerade nicht heraus wie es geht Vielleicht geht es auch noch nicht Vielleicht kommt das ja gleich Vielleicht wollen wir ja explizit noch Dass wir hier laufen Um nämlich mal hier hinten den Hänger Den wir dort führen Natürlich dann Anhängen So Heckgerät anbringen Sehr gut So jetzt steht er auch richtig Jetzt steht er nicht mehr so So in der Luft Und den kennt ihr ja Bestimmt auch aus anderen Landwirtschaftlichen Teilen Ähm Das ist sehr cool gemacht Dass die jetzt hier so Vertreten sind Bei denen Die wir auch so schon haben So ich gehe mal kurz in die Innenansicht Mal gucken Ob wir es noch hinbekommen Hier Drehschirmel zu fahren Ja das war schon fast gut Die Lenkung hier Muss ich sagen Ist wirklich sehr direkt Also auch mit den Traktoren Und alles hier Wie ihr seht Sehr direkt gehalten Das finde ich auf jeden Fall Sehr sehr gut gemacht Aber Drehschirmel fahren Ist bei mir Momentan nicht mehr Das Ich konnte das mal besser Aber Übung macht ja Gewiss den Meister Wenn man das jetzt so So Ah das stand ja schon fast gut hier Ich glaube das Menü Das Menü kann man sich natürlich auch ausblenden Dann habt ihr es so Dann habt ihr natürlich wesentlich besseren Blick Und somit Haben wir jetzt schon den Behälter geleert Und wir haben schon die ersten Feldfrüchte drin Die wir jetzt in unsere Kornkammer fahren Hier heißt es Kornkammer Ich nenne es immer Silo Hier heißt es Transportiere die Feldfrüchte zur Kornkammer Sind jetzt 3173 Kilogramm Weizen Was immer in der Klammer steht Die Tore gehen automatisch auf Also da wie gesagt Müsst ihr nichts machen Ihr fahrt einfach nur hier drauf Anhalten Und Moment Gehen wir mit der Kamera näher ran So jetzt brauche ich auch mal mein Menü Ah ok Moment So ist es aufwerten Und mit R1 kann ich jetzt auf abladen Klicken Und dann geht der Hänger langsam mit der Hydraulik hoch Und kippt aus Ja wunderbar Und somit Leute Haben wir schon unsere ersten Feldfrüchte rein geholt Einmal Weizen bitte Es geht wie man sieht voran Bisschen Geld mussten wir auch schon ausgeben Zur Reparatur Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Und ich hoffe es hat euch gefallen Gerne ein Däumchen da lassen Wenn ihr es nicht getan habt Auch gerne ein Abo Ich würde mich persönlich sehr darüber freuen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Bis dahin Tüdelü Und tschüss 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 Tüdelü Tüdelü Tüdelü